so langsam schon mal hoch vom sofa aufstehen die musik dies hier nämlich gleich gibt die geht mit sicherheit in die beine denn sie kommt vom pop dance duo soul brothers die waren im vorigen jahr schon mal bei uns damals noch im alten studio vielleicht erinnern sie sich und hier sind prinz amau hallo schön dass du da bist und gary harrison hallo schön dass du da bist gutes jahr gewesen für euch erfolgreiches jahr man kann sagen wir haben spaß und das ist auch wichtig ihr habt spaß aber eure musik läuft auch gut oder so spaß geht ja nicht irgendwie muss man ja auch erfolgreich sein ja viel tonne überall deutschland auf jeden fall viele reise ja wir sind ein bisschen jetzt fertig fix und fertig aber ja was ist endlich sommer ja und passend dazu habt ihr einen schönen sommer hat gemacht ja miss center fault das ist schon mal von eurem neuen album ja ja von den neuen abend so eine auskoppelung und den neuen abend letztes jahr haben wir vor gestellten denn die ein cover vision namen vom jahr my sunshine und dieses jahr denn irgendwo langsam kommen die original tracks und das haben wir selbst geschrieben und wir haben das letztes jahr in amerika gestartet erfolgreich und wir haben das langsam jetzt in deutschland den gebrauch und wir sehen wie sie sich bewegt und ich glaube mit der tour wir machen die letzte seite menschen haben spaß daran und es auch viele versionen drauf eure tour macht ihr die nur alleine oder habt ihr eine band oder macht ihr das mit mit half playback haben wir auch mit band dazu und kommt darauf an welche situation ja dann haben wir auch half playback kommt darauf an für die situation wie wir uns präsentiert aber mit band macht wahrscheinlich mehr spaß auf jeden fall ja da hat man mehr mehr freude auf der bühne mehr power das ist immer die koste ich meine ich denke heute die leute haben nicht mehr so viel gerne und ja klar musik zu präsentieren du hast gesagt jetzt auf dem album mehr eigene musik also von den cover versionen seid ihr jetzt völlig weg oder wird es auch mal wieder was geben nein ich meine wir haben wir sind auch wieder im studio parallel und er wird auch wahrscheinlich und hoffentlich in den nächsten monaten wenn man jetzt nächstes jahr verspricht auch viele neue songs und auch natürlich covers wieder und original aber nur überraschend muss die leute das reinholen du bist nebenbei noch auf der akademie in köln ja wo soll es hingehen was sind so die pläne der pläne ist ja leute zu aufbauen für zukunft vielleicht für casting und ja weiter dem karriere aufbauen wollt ihr beide zu zweit bleiben oder plant ihr vielleicht irgendwie eine größere gruppe draus zu machen also vier ist ja eine gute besetzung oder seinerzeit gab es noch größere wenn man lange lange zurückdenkt so les humphries singers das waren ja dann schon eher 15 20 personen oder sagt ihr nein zu zweit es okay so wie so eine mannheimer ja ich meine die man hier den namen soul bros das ist abgurten von soul brothers aber sind ja noch mehr brüder werden ja aber viele leute da kennen uns mittlerweile weiß genau dass wenn man sie unseren schoße wachsen sich immer deshalb wir haben schoß mit wie auch gerade jetzt gesagt mit live percussions und wir haben auch viel schoß mit den tanzern das letzte mal waren wir in holland haben 25 meter auf der bühne gehabt also auch sisters ja das sind das sind brasilianer samba weil auf diese cd gibt auch latiano mix da und haben wir ganz irgendwo in holland präsentiert und wir haben 25 frauen mit trommeln als alles auf der bühne es kontra war ich meine es es macht spaß wenn es voll auf der bühne aber trotzdem und die musik zu machen wie es bis jetzt gelaufen manche uns beide und wir wollen lange dabei bleiben weil wir haben auch viel vor viele geschichte zusammen aber immer so diesen drive in der musik also so soll schon so der grundlegende style wir sind offen für zum beispiel diesen play me album wir haben viele verschiedene mit rock balladen ist auf jeden fall sehr sehr bunt so musikalische vorbilder vielleicht so casey and the sunshine band oder was ich mag gerne das 70er jahr so casey and the sunshine band und am earthen and fire also so in die richtung ja du lachst du lachst du noch am morgen reggae bei mal ist mein großes vorbilder und ich habe auch den dinge wie jetzt kleine riche oder sowas man hier das auch in unsere alte album und er gibt da ohne lang dass wir unterschiedliche geschmack unterschiedlich wahrscheinlich du wahrscheinlich eher so motown ja und und du wahrscheinlich sind da so ein bisschen einflüsse auch so aus afrika dabei du bist ja aus nigeria ja ok ok die noch lange in europa ich habe auch damals viele gemacht mit den dance und deswegen ich bringe auch mein dance influence rein das heißt ein gut mission wir beide blenden zusammen und da hat man ja man tut das zusammen pop culture treffen afrikanische ja es muss auch für die europa passen das ist wichtig wir haben gerade im center ford im moment die wenn sie diese version der laufen in deutschland jetzt ist eigentlich anders als was läuft in usa seit letztes jahr läuft andere version in usa und wir haben das getrennt weil das wir mussten sehen dass deutschland auch bekommen was passt zu dem was passt der version hat ihr schon mal nigiria gespielt oh das ist das ist das ist nicht nicht im plan weil im moment läuft sehr gut in europa ist war und ich meine irgendwo mal vielleicht aber im moment gibt noch nicht den plan wir tun so viel für afrika wir beide wir haben vor jahren einmal geld gesammelt für kinder in not in afrika wir tun das auch wieder ich glaube dieses jahr vor die end des jahres wollen wir auch einen neuen song gemeinsam mit anderen leuten unter anderen namen der heißt voices und da wurden auch einige songs für die welt also in der art wie früher mal usa für afrika sowas in der art ja wir machen das immer ständig wir haben das jahre nicht gemacht und jedes mal wurde immer neue song gemacht und geld gesammelt für kinder in not ok wo seid ihr das nächste mal in berlin wisst ihr das zufällig gerade wo seid ihr live zu sehen in berlin in dem momentan sind nicht wir waren vor einem monat also auf der internet seite gucken oder cd kaufen danke dass ihr hier so etwas danke euch beiden viel erfolg weiterhin und jetzt wie gesagt hoch vom sofa bissel mittanzen bei so process und miss centerfold bis dahin wir sehen uns morgen wieder bis jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020